Nach einem anstrengenden IFA-Tag befinde ich mich nun im Sommergarten unter strahlend blauendem Himmel und Sonnenschein. Hinter mir ist die Bühne zum Sehen, da wird morgens Scooter auftreten und ermalt von einem Feuerwerk. Das Konzert beginnt ab 20 Uhr und ist definitiv sehenswert. Natürlich begebe ich mich weiterhin auf die Suche nach den Highlights der IFA. Am Sonntag gibt es dann noch einen BMX-Contest, da werde ich auf jeden Fall für euch vorbeischauen. Basti hat mir über Facebook gepostet, dass ich doch mal den Vodafone-Stand unter die Lupe nehmen soll. Leider gab es da nicht viel zum Berichten, außer ich hätte einen neuen Handyvertrag abgeschlossen. Wollte ich nicht. Vergesst bitte unser Gewinnspiel nicht, das auf Messe Live TV mitmachen könnt, mitspielen könnt und gewinnen könnt. Und wenn ihr irgendwelche Produkte näher unter die Lupe nehmen wollt, beziehungsweise ich das für euch machen soll, dann postet es mir entweder auf meine Pinnwand oder auf die Startseite von Messe Live TV in Facebook.